Hoffi schießt mir wieder zu auffällig Wer schießt denn da, Alter? Ich bräuchte ne Waffe Ja, willst du die One-Shot-Waffe haben? Ich kann halt nicht gut schießen Paul, mach mich weg Hä? Was war das? Junge, das ist jetzt aber... Jetzt kriegst du auch nen Schuss ab Hä? Alter, Junge Ich hab gar keine Chills Ich hab jetzt zwei Schlüsse im Ding... Er ist euch nur ein Ding gegeben Und ich hab noch zwölf HP Digger, zwei Schläge macht 40 Schaden Hm? Was? Zwei Schläge macht 40 Schaden, Bro Ja, ich hab noch zwölf HP, er hat noch 40 Also Lukas ist es nicht Äh, ja Mehr weiß ich auch nicht Ist es Paul? Ja, okay, ihr hättet euch jetzt auch beide getötet Es ist Paul! Ja, doch Falsch 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 Schon falsch Nee Alter Hey, warum hat David es überlebt? Hä? Bei dem Bild, was ich geschickt hab, es finden sich ungefähr fünf... Hallo? Junge, als ob die Map so bei dir aussieht Das kannst du doch nicht spielen AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Alter Paul Vermisst du unendlich Aber das geht doch gar nicht Das geht doch manchmal gegen Wände Ja, das denkst du dann Was? Das kannst du doch nicht machen Was ist das? Was ist das? Wieso erträgst du das freiwillig? So spielst du das die ganze Zeit einfach? Ja Also bei manchen Maps nicht bei allen, aber die Map ist eine von den schlimmsten Ich schattier sofort das Content weg runter Ich such's dir eigentlich nicht raus Wer ist da oben? Wer ist jetzt schon alles gut? Nur Marco Ich wär... Ich... Äh Darkzoll war's wahrscheinlich Are you blind? You can't see me! Oder ist... Ne, Leon war's Was ist denn? Was ist denn passiert grad? Ciao, ciao Wenn Darkzoll auf dem Turm war, dann war's er's Wenn nicht, dann war's leer Ja, mit der Musik dann Ja, ich weiß nicht Das kann ich auch von mir machen Äh, da ist gerade einer vom Turm runter gedroppt Äh, hier ist irgendwas, was bringt Ah! Ich bin in den Berg runter gefallen Ah ne, das ist mal Ich bin bei Leon zurück Komm mir bloß nicht zünder Wir haben, wem ich glaub ich gern Ich würde gern hier durch Moikas, wir haben auch mit deinem Gun Ich lass dir links Hä, jemand hat auf mich geschossen Was ist denn? Wie ist das? Nein The fuck, Leon Jemand hat zu mir geschossen Ja Hilfe zu viele Menschen Junge, einer von hier Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ist unten wieder keine Party oder was? Ja, Jo Jo, die haben Eine Party am Start Was ist denn hier? Wer ist runtergegangen? Wer ist runtergegangen? Da bitte Hallo, Motherfucker Hä Also, da war ein Zug Alter, wer war's denn? Hä? Ich bekomme nichts mit Hä, du bist in den Zug gelaufen Hä, als ob der Zug dann noch Fake2 killt immer, wenn er da ist Was ist los, Alter? Das ist einfach zu lustig Ja, komm, ist ein Sieger Das ist auch unverkackt Was müsst ihr machen? Ja, okay, jetzt können wir auf jeden Fall hin To Marco Was müsst ihr machen? Wo zum Fick ist er? Hahahaha 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 Es ist einfach nur sad Hahahaha Du weißt gar nicht was ich machen muss Hahahaha Wie kiebst das denn los? Hahahaha 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 Mach euch mal die Basics Hahahaha Wie h Hahahaha 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 Wie, wo ist er? Er ist da, wo ich mich immer verstecken möchte, aber es nie hinbekommen, weil ich im Kühlraum nicht hochkomme halt. Ja, wir haben da, wir wussten Hoffi. Cancer Kid. Hoffi ist unser Regional. Wir sind bei Hoffi. Ich hab grad die Waffe gewechselt, als ich zu ihm gegangen bin. Er oder du? Auf die Deagl natürlich. Ich würde mal sagen, Safe Call zum Töten. Was haben wir noch? Ja, ich hab aber auch die Autosniper, die würd ich auch benutzen. Safe Call zum Töten. Töt ihn einfach, töt ihn einfach! Hehehe. Hehehe. Do it. Du sagst wie es ist, es ist locker Oikas und Paul. Ja. Ja, ok. Oikas und Paul. Ah, Dendritz. Stehen halt einfach da oben und... Dendritz. Ja, ich ziehe auf dich mit der Shotgun, das ist richtig. Du hast dann so gedacht. Ah ja, stimmt. Du hast nur noch eine Granate in der Hand und dann hab ich wieder auf die Double Barrel gewechselt, nachdem ich sie geworfen habe. Oikas. Oikas. Du snipest du da grad? Ich? Einmal geschossen. Ja, aber... Er hat's. Oikas machst du eigentlich auch was anderes als da rumstehen? Ne, ne? Ne. Was ich denn machen? Steh, hier steht sich gut. Fällt mir gar nicht. Hehehe. Was ist mit wem? Ja. Ja. Auf die Distanz ist die Kacke. Ja, stehen da unten. Darum wäre ich jetzt so einsam da. Oh, die Discomb rollt grad runter. Ja. Ist schon jemand selber hab. Es ist noch niemand tot. Ich glaube es ist Eukas zielt auf mich. Es ist locker Eukas. Ich ziel dir nur auf dich. Leon? Ah. Ja, ich lebe noch. Ich bin für Eukas. Ich bin beim Detective. Also mit zusammen mit Danry. Irgendwie hab ich das Verlangen Eukas zu töten. Ja, Eukas zielt noch die ganze Zeit auf mich. Ich sage es ist Eukas. Oh, was wird das hier? Eukas steht hier rum. Und macht nichts. Ja. Aber er zielt mit... Es ist... Es ist... Henry. Hä, es war Leon. Was? Hast du nicht... Du hast aber Leon nicht... Oh, es war Eukas. Mann. Ach, es war Eukas. Oh. Ach, es war Leon. Ach, jetzt komm. Jetzt hab wenigstens den... Den Schneid mit mir zu kämpfen. Ja, komm. Hätte gern Radar. Ey. Das ist ein Link auch noch. Hättest du das 3 Minuten früher machen können? Was? Was? Lächerlich, Backediting End. Vor allem, dann standet ihr beide so oben. So ganz normal. So als wäre nichts. Und dann dachte ich mir so locker. Eukas ist einfach ein bedrohlicher Typ. Kannst einfach... Ja. So sieht aus. Er strahlt halt auch Männlichkeit aus. Ich hab eigentlich auch manchmal Angst vor mir selbst, wenn ich nachts rausgehe. Ich will lachen. Er hat einfach nicht Angst vor dem Monster unter sein Bett. Er hat Angst vor sich selbst. Das Monster in meinem Bett hat Angst vor mir. Oh man, wir sind auch noch Hoffi. Wo bist du denn? Was? Ja, ich bin Hoffi. Wieso? Warum? Wieso? Eukas... Weisheiten mit Hoffi. Ah, ich war schon gut. Das war schon gut. Das kommt ins nächste... Das kommt ins nächste... Ich bin Hoffi. Ich sag, es ist Eukas. Das kommt ins Video in 10 Monaten. Warum ist es jetzt schon wieder Eukas? Weil er gerade wieder ne Handfeuerwaffe... Es ist eine Pistole. Ich werf die Darks vorhin. Es ist eine Pistole. Ja, 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 ja. Mit deinem Zug nicht. Lass ihn stecken. Keine normalen Menschen laufen mit der Handfeuerwaffe rum. Außer... 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 Ich bin's. Ich hab ne Deal. Na, es auf mich wurde gesliped. Ich war's nicht. Ich hab das Sniper. Ich bin hier oben mit Leon und Eukas. Ich bin hier oben mit Leon und Eukas. Ich bin hier oben mit Leon und Eukas. Ja, ich geh ja schon. Hä? Ich will eh nicht wieder das Opfer von einem Zug werden. Wer ist hier? Wer ist hier oben? Ah, wer ist da? Eukas ist bei mir. Eukas hat... Leo ist bei mir. Ich bin so die ganze Zeit hier. Eukas? Ja. Ähm... Ich glaub Darkseid wurde grad erschossen oben. Dann ist es Hoffi. Dann war's Hoffi. Ich werd angesniped. Oh, äh... Heißt es Hoffi? Von oben. Kann sein, dass ich ihn geholt hab. Ich seh's aber nicht. Wer... Ist aber Obi und... Dave? Nein, ich bin's nicht. Dann muss er... Hä? Achso, ja, okay dann. Ja, auf mich wurde doch gesniped, Dicker. Wenn du hoch gehst, Danry. Ich glaub, er liegt dort. Es kann aber sein, dass er noch lebt. Das ist absolut... Absolut nicht safe. Hast du ihn getötet, Eukas? Ja, ich glaube es. Weil er ist danach nicht mehr rausgekommen. Er geht doch hoch. Was ist im Maul? Nein, er ist noch da. Da liegt er doch. Ich glaub, da ist einer. Ah, das ist Dave. Aber hier liegt noch jemand. Ja, beide halt wahrscheinlich. Äh, David? Es ist 100% Eukas. Hä? Ich hab Eukas getötet. Ich bin hier nicht gut. Eukas oder Leon? Nein. Ich hab Eukas getötet. Junge! Ja, wenn's Eukas nicht ist, dann muss es Leon sein. Nein, nicht Leon. Ja, dann ist es wohl Leon. Nein, ich bin's nicht. Es lebt niemand mehr sonst, Paul. Ja, aber es ist nicht Leon. Es muss Leon sein, wenn Eukas vor ihm gebracht hat. Hast du gerade auf mich gesniped? Nein. Ja. David, hast du Schaden? Nein. Ich habe Eukas getötet. Und weil du auf mich gesniped hast und nicht Hoffi. Achso. Junge, ich hab noch 24 zu reden. Leon, wenn ich dich sehe, bring ich dich um. Ich bin es nicht. Ach, komm. Ja, komm. Bring mich doch um, wenn du denkst, dass ich's bin. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Unter in dir. Hey, Paul, hast du mich jetzt tatsächlich abgeschossen? Wenn du denkst, dass ich bin, bring mich um. Aus Versehen. Aus Versehen. Ja, es ist doch eh, ich weiß nicht. Ah, euer fixte Fehler, Alter. Junge, ich hab auch mich getötet. Du erwartest doch jetzt nicht, dass ich einem von euch beiden mehr glaube als dem anderen. Doch. Ich glaube, David eigentlich auch nicht. Hätte Leon nicht geredet, dann hätte ich sowieso schon längst David getötet. Also... Ja, dann töteln ihn doch. Nein. Ach. Ah, es ist Leon, ja moin, hallo. Wie ist der denn jetzt? Wie ist der? Hey, ihr wechselt doch nicht auf die Granate, warum? Oh, ich krieg ihn nicht. Da folge ich dir nicht. Ich hätt's gar nicht gewundert, wenn da jetzt ein Schaf rausgekommen wäre. Ja, ohne Scheiß, das hab ich erwartet. Ja, die Schüsse gehört. Okay. Wir sind im Halter Rätip. Nummer 10 ist passiert nicht. Das hat mir Helder hat grundscht. Sau kanalу H1e. NHn halter sehr faultsche. Untertitelung des ZDF, 2020